Dass Joschi und ich viele Sachen haben, die uns verbinden. Als angefangen hat es, dass er rund 82 Jahre lang ist. Wir sind wenigstens erwartet, dass wir Goals sind. Und neben dem zweiten, dass wir auch Goals sind. Aber die intensivste Erfahrung und die wichtigste Erfahrung, was uns wirklich verbindet, ist, dass wir beide Sportler sind und dass wir das lieben, was wir machen. Wir sind bei Joschi heute auch. Vor ersten Sekunden, als wir zehnmal trainiert haben, habe ich das gemerkt, dass er wirklich mit dem ganzen Einsatz dabei ist. Und ich glaube, das sieht man einfach, was Sportler sind, ob es Behinderte oder die Anführungsfreiheit. Wir sind wirklich der Sport, der uns verbindet, dass wir das mit Herz und Seele machen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige.